Hallo liebe Fußballfreunde, Thema Rot-Weiß-Essen, 3. Liga 2022-2023, 90 Spieltag. Rot-Weiß-Essen gegen Erselbesitzer Brücken, Ergebnis 1 zu 0. Startelf von Rot-Weiß-Essen, Koltz, Wekel, Rios, Alonso, Herr Ninsbach, Patinis, Drannacht, Rotherr, Engel, Engali, Götze, Griefeir, Enkelmann, Startelf von SFC Saarbrücken, Pat, Franz, Zillner, Ufa, Renau, Gräkischemär, Grämischemär, Jengke, Kieberg, Neubei, Neusiker, Jakob, Bunter, Schmid, Grimaldi. Das war's von Rot-Weiß-Essen gegen Erselbesitzer Brücken, Uhrzeit 18.15 Uhr.